jo moine leute herzlich willkommen zu penny.de Saison 2021-2022 Predictions für den 12. Spieltag Let's Go heute um 19.30 Uhr Düsseldorfer EG verlieren gegen Fishtown Pinguins Bremerhaven mit 2 zu 3 und morgen um 19.30 Uhr Nürnberg Eistagers Gewinn gegen Krefeld Pinguiner mit 2 zu 1 ERC Ingolstadt verliert zu Hause gegen Grizzlies Wolfsburg mit 3 zu 5 Dann Kölner Heier gewinnen zu Hause gegen Straubing Tigers 4 zu 3 Schwemminger Wild Wings gegen Adler Mannheim 1 zu 6 für die Mannheimer Dann biete ich einem Steelers Gewinn 6 zu 4 gegen Iserlo Nürnberg und auch Spurs Panta gewinnt gegen ERC Red Bull München mit 5 zu 2 So das war's vom 12. Spieltag der penny.dee 11 Predictions für die Saison 2021-2022 So, wenn euch das wieder gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, vergisst kein Abo, dann nehme ich die Glocke, die nicht vergessen wird die Wesen Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung und wir sehen uns, bis dann, tschau! So, bis dann, tschau!